Amerika ist heute für mich ein ziemlich fremdes Land. Tausende Strömen auf die Straßen, im Nachrichtenfernsehen klatschen sich die Moderatoren ab vor Freude. Was ist das für ein Land, das eine Hinrichtung derart bejubelt? Klar, Osama Bin Laden war verantwortlich für tausende Tote, aber reicht das als Erklärung? Die Amerikaner haben jahrelang auf Rache gesonnen, jetzt spüren sie Genugtuung. Die USA sind ein Land, das sich heute nicht mehr aus eigener Stärke definiert, sondern aus Tod und Niederlage anderer. Und entgegen allen Hoffnungen hatte Obama nicht die Kraft, ein anderes Zeichen zu setzen, Guantanamo zu schließen. Und so steht er heute da als jemand, der in die Fußstapfen von George W. Bush tritt, der dessen Krieg gegen den Terror weiterführt. Heißt das, man hätte Osama Bin Laden einfach laufen lassen sollen? Keine leichte Frage. Zivilisierte Nationen haben einst das Völkerrecht geschaffen. Sie haben sich darauf verständigt, dass Verbrecher vor den internationalen Strafgerichtshof gestellt werden. Es mag naiv klingen angesichts der Umstände, aber mein Verständnis von einem Rechtsstaat ist nicht, dass Mörder einfach abgeknallt werden. Bleibt die Frage, wem nützt der Tod Bin Ladens? Die Amerikaner haben einen neuen Märtyrer geschaffen. Die Anhänger Bin Ladens werden neue Rache suchen. Ist die Welt heute also sicherer geworden? Nein. Aber Obama steht im Wahlkampf. Er hat sich als Law-and-Order-Politiker profiliert. Ist er seiner Wiederwahl heute näher gekommen? Ja. Ich fürchte, so einfach ist die Rechnung. Annapostelle